Ich... du musst noch mal Feuer machen, noch mal Feuer machen, noch hier machen... noch hier... noch mal Feuer machen, Feuer! Feuer! Oh mein Gott! Mach auf, Mach auf, Mach auf! Mach auf! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Youtube היה auf meinem Kanal, liebe ihr Leute. Immer freut es mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir schon hatten, wenn ihr nur den Titel erkannt habt. Heute geht es um die Raid Episode 4 Tarnung. Eine geheime Tarnung, die man freispielen kann, die komplett krass aussieht. Und die Tarnung sieht so aus. So sieht die Tarnung aus. Eine wirklich, wirklich krasse Banger-Tarnung. Mir gefällt sie sehr, sehr gut. Gefällt nicht jedem. Zum Beispiel ein Maid von mir, Stugix, gefällt sie nicht. Mir gefällt sie sehr. Und dieser Grind, den ihr hinlegen müsst, ist es auf jeden Fall wert für diese Tarnung. Es ist eine Tarnung, die ihr auf jede Waffe packen könnt. Jede einzelne Waffe auf Lachmannhoff. Egal, was ihr spielen möchtet. Hier geht ihr dann unten auf Events. Und dann habt ihr hier die Tarnung, wenn ihr sie freigespielt habt. Könnt ihr sie dann auf jede einzelne Waffe im Spiel packen. Sehr, sehr nice. Ich würde es auf jeden Fall freispielen. Ich habe den Raid zusammen mit Pro-Airsinn und C-Pentagon aka Ajahn freigespielt. Da ist das Season 4 Update, das Season 4 Reloaded Update dazugekommen. Gestern, wir haben es alle runtergeladen. Also das Video, wo ich es aufnehme, ist gestern. Bei euch wird es wahrscheinlich drei Tage oder so her sein. Wenn das Update da ist, habe ich runtergeladen. Und es gab komplette Performance-Probleme an die ganzen PC-Spieler. Ich weiß nicht, ich hoffe, das Video wird am Samstag kommen. Ich hoffe, wo ihr das Video seht, ist das schon gefixt worden. Aber bis jetzt ist noch nichts gefixt. Twitch ist tot, keiner streamt, keiner macht irgendwas, keiner spielt, weil man einfach komplette Performance-Probleme hat am PC. Es laggt nur, es ist wirklich unspielbar. Und deswegen haben wir uns gedacht, ja, es gibt eine neue Camo. Lasst ihr spielen, den Raid. Und zwar muss man einmal diesen Raid auf Normal durchspielen, damit man Veteran freischaltet. Und dann muss man den Raid auf Veteran abschließen. Veteran ist der höchste Schwierigkeitsgrad, den es gibt. Da sind die Bots auch nochmal stärker. Und es ist viel, viel intensiver auf Veteran. Wenn ein Kollege von euch aber den Raid schon gemacht hat auf Veteran, kann er euch einladen. Und dann habt ihr den Raid direkt auf Veteran einmal durch und müsst ihr nicht zweimal machen. Wir haben das Ganze zweimal gemacht. Es war wirklich sehr, sehr witzig. Heute auf jeden Fall mal kein Gameplay, wo es um keine Ahnung was geht, sondern einfach ein Raid. Es ist auch sehr, sehr spannend, sehr, sehr nice zum Zusehen. Wir hatten auch sehr viel Zuschauer auf Twitch. Jeder hat es gefeiert. Deswegen hoffe ich, ihr habt Spaß beim heutigen Video. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Stream. Wir hören uns nicht mehr am Ende beim Loadout, wie sonst auch, weil ich euch nichts zu zeigen habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Raid. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen. Lasst ein Like da, ein Kommentar da, kostet das Abo da, falls ihr noch auf dem Kanal seid. Nichts mehr rund um den Woz und Zerper passen wollt. Und mich auf den Weg zu 50.000 Abonnenten unterstützen möchte. Wir sind wirklich sehr, sehr kurz davor. Lasst Liebe da auf dem Video. Wir würden uns sehr freuen, sehr unterstützen. Wie Spaß ist mit dem Raid. Vielleicht könnt ihr euch auch einige Tipps, Tricks und so rausnehmen, wie das Ganze funktioniert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich würde sagen, wir starten das Video. Let's go! Jetzt, Erzin. Oh mein Gott, das war so knapp. Ich muss mit dem reden. Wie kann ich jetzt mit dem reden? Du musst mir jetzt koordinieren. Du musst mir koordinieren. Wo ist er? Ähm, warte, ich guck, was Dicke macht. Warte, bleib mal gut stehen. Ich verspreide deine Hände. Ähm, warte, warte, warte. Ich rede dich mit ihm. Ich rede dich mit. Komm, komm zu mir. Stop, stop, stop. Jetzt, links. Guck, John. Du siehst auch bei mir. Links. Ja, warte. Du musst zurück irgendwas. Dieses ganze Missverständnis ist nicht einfach. Ich kann es vom Abwarten. Aber am Ende des Ganges mach es schnell und leise. Habe ich in der Box, habe ich in der Box geborgen. Du hast doch diese Dings Not-Alarm. Du musst erstmal den anderen töten, deswegen. Da kommt einer. Da kommt einer. Nimm seine Waffe, nimmt seine Waffe. Ich bin nicht, ich kann nicht raus. Ja, jetzt kommt gleich. Ah, okay, okay. Ich habe keine Waffe, ich habe keine Waffe. Ich habe Messer, ich habe Messer. Ah, warte, ich habe noch eine Pistel. Ich habe eine Pistel, ich habe eine Pistel. Wohin dann? Darunter? Hier. Die Pünste wieder kaputt. Pass auf, die sind jetzt Todesgas. Boah, Leon. Nein, nein, die sind gleich gut. Jungs, wir müssen doch wieder von hier runter, oder nicht? Ja, wir müssen die hier töten, bro. Unten ist ein Laser. Oh mein Gott. Müsst ihr den Laser ausschalten. Ich habe Laser aus. Bei mir leckt es nicht mehr. Bei mir auch nicht, bro. Bei mir passt alles. Bei mir auch jetzt. Bei mir passt alles. Bei mir auch nicht, bro. Die hat geändert, haben die gepostet auf Twitter. Haben die geändert? Nein, ich habe einen Schluss gemacht. Wo ist Place, Alter? Jetzt müssen wir auch weg gehen. Okay, guck mal. Hier ist todeschwierig, Jungs. Pass auf. Stunt ganze. Stunt am besten. Denkt an die Kamos. Kann man die Kamos stunden? Macht slow, macht slow. Macht slow. Stunt die Kamos weg. Stunt die Kamos weg. Das sind jetzt auch S-Minen. Das sind jetzt auch S-Minen neu. Mach einfach slow. Boah, hast du den Schlüssel gerade eben hergehabt, Diki? Der Schlüssel. Wir hätten jetzt noch wieder einen Schlüssel nehmen. Ich habe den genommen. Ich habe den genommen. Nates, pass auf. Nates. Schuss. Nates. Pass auf, Kamo. Ich muss mit Place gehen. Jungs, stopp zurück. Place ich, place ich. Wir glauben mir nicht, was für einen krassen Wings ich habe. Warte, komm mal hoch, Jungs. Ich kann von oben fighten. Ja, wie krass ist diese F6-Variante von diesem einen, was ich gekocht habe. Warte mal, wie seid ihr hoch? Leider. Aber bringt doch nichts, ne? Bringt doch nichts. Bringt gar nichts. Nee, nee. Bei mir lagst du wieder ein bisschen. Guck mal, wo ich bin. Bei mir lagst du auch wieder. Guck mal, wo ich bin. Guck mal, wo ich bin. Ich muss doch bestimmt Schüssel sein oder so. Aber wir können von hier oben alle töten. Oder? Welche Richtung? Lass einfach weiter. Lass einfach weiter. Lass einfach weiter, komm. Über links, über links. Wie lässt es? Hier ist Claymo, Claymo. Claymo. Wir haben keinen Schüssel diesmal. Oder hatten wir den diesmal ja auch nicht. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich habe keinen links. Hände euch. Komm, komm, weiter. Nein, ich bin dead. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Zurück, zurück, zurück. Ich bin dead. Zack. Bruder, ich habe kaum noch ein Mini. Ich muss nahe landen, ich muss nahe landen. An meinen rechts. Komm, weiter gehst du. Komm, 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 komm. Jetzt hoch. Vielleicht die Treppe hoch. Jetzt musst du da aufmachen, weißt du noch? War nicht hier der Schlüssel? Er muss da eh drücken. Guck auf Tische. Ja, wir haben nur noch eine Wiederbelebung. Was ist denn jetzt passiert? Ja, wir sind ja zweimal gestaunt. Hast du das gehört? Da ist was aufgegangen. Seite durch? Ja. Jetzt haben wir wieder drei. Ist egal. Ja, weil wir Checkpoint hatten. Ja, das ist eh easy. Wir müssen aufpassen, wegen Laser. Weil wenn wir da einmal alle drei sterben, ist vorbei. Ja, aber wir spawnen am Checkpoint dead. Ist egal. Nein. Wenn wir einmal full dead sind, ist vorbei. Wie, ehrlich? Ich? Ja, ja. Ey, Jungs. Jetzt nochmal. Bro, wer hat das gemacht? Digga, das Game lag full, ne? Das ist ganz schnell. Das ist ganz schnell. Wie machen wir das jetzt? Bleib kurz stehen. Bleib kurz stehen. John, John, John. Nein. Ich bin dran. Ich komme schon hoch. Nein. Oh mein Gott. Stark. Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Wer hat das gemacht? Was ist passiert? Hä? Wir sind wieder hier. Hä? Was ist gerade passiert? In Schienenfolgen. Vorfass. In Schienenfolgen? Ich habe keine Plays. Auf die Plays? Was machen wir da jetzt? Nein, das geht nicht. Deine Laser verwirren mich, John, Digga. Du hast einfach Laser. Ich denke, Bruder, du musst die Laser wegmachen irgendwie, ja? Guck mal, John hat einfach zwei Laser, Digga. Ich habe auch einen Laser. 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 Er hat aber zwei. Aber meine sind Dings. Superfarbe. Mach mal weg. Mann, nimm einen Allen an. Sonst hat mir doch seinen Kopf. Okay. Jetzt. Zwei. Guckt nach rechts, dann seht ihr das. Jetzt. Zwei. Stopp. Jetzt. Nein, 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 nein. Jetzt. Jetzt. Zwei. Zwei. Stopp. Stopp. Was meinst du? Zwei, zwei, Bruder? Was ist los? Ich weiß auch nicht, was er meint. Ich schwöre, ich bleib nicht. Kommt hier. Bleibt hier. Bis wir bleiben, bis es wieder hinter uns geht. Wir sind zinningen, maybe? Nein, bleib, bleib, bleib. Jetzt glaube ich. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, zwei. Guckt nach rechts, guckt nach rechts. Wir müssen auf die andere Seite dieses ... Ohohohoho, Erzin, wieso läufst du so weit, ja? Wieso läufst du so weit, Erzin, ja? Erzin. Warum brüchst du mein Herz, Erzin? Mach doch langsam, Bruder. Mach doch langsam, Bruder. Mach doch langsam, Bruder. Mach nach halb lang, Bruder. Oh, lass mich nicht anmachen, Bruder. Der will wieder Super Mario sein. Der will der Erste sein. Er denkt, wir machen Wettrennen, Bruder. Egal, lass jetzt zwei, zwei machen, zwei, zwei. Komm, zwei, 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 zwei. Zwei, 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 zwei. Zwei, zwei. Jetzt bleiben. Bleiben. Zwei, 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 zwei. Drei, 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 drei. Was jetzt? Warte. Jetzt. Pass auf, da geht nicht, geht nicht, ich hab das grad eben gemacht. Wir müssen von rechts, wir müssen hier von rechts, wir müssen hier von rechts. Von rechts, oder? Das hab ich doch grad eben gemacht, das hab ich grad eben gemacht. Dann müsst ihr von links, dann müsst ihr von links, dann müsst ihr von links, Bruder. Ich check schon, ich check schon. Doch, doch, doch. Warte, warte, bleib, 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 bleib. Kein Mucks. Ihr müsst auch hier sein. Ach du Scheiße, Digga, was ist hier los, blöd? Was ist das denn? Oh mein Gott, guck das jetzt an. Das ist easy, einfach oben drauf. Ja, ja, ja. Das ist echt easy, blöd. Lass er sie machen, lass er sie den Allwissen machen, bitte. Ich glaub, das ist das, es muss rechts, wie willst du denn links, wohin? Links der S-Menü. Schau jetzt. Schau. Schau, schau. 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 Laser an dein Arsch, laser an dein Arsch, laser an dein Arsch. Pass auf. Du kannst deaktivieren. Warte, warte. Nein, ich glaub, ich kann nur mit euch deaktivieren. Nein, Bro. Ich schwör, ich kann nur mit euch, Jungs, bitte. Schli. Wir müssen noch mal einen Dings abwarten. Wir müssen noch mal abwarten. Ich stopp jetzt. Warte. Ich stopp auch. Jetzt, 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 ja. Und jetzt auf die Dings einen. Bitte jump. Jump, Bruder. Spring, John. Ich kann mir keinen Platz geben. Bleiben, wann ich los soll. Spring. Nicht springen, das seh ich doch selber mit meinen Augen. Achso. Nein. Nein. Nein, John. Ja. Okay. Jungs, ich bin aufgeregt. Nein. Nein. Lass mich bitte erster, Bruder. Bitte lass mich erster. Bitte lass mich erster. Geht weg von mir. Ich sag doch, ich kann nicht letzter sein. Ich bin zu nervös. Es geht nicht. Ich hab das Essen, Waynes. Mach dir, ich geh letzter. Ich seh nur noch Laser, Bruder. Ich träum heute von Laser, glaub ich. Ich will. Ich schick mir dann auch den Laser nach. Man muss sich so konzentrieren, Bruder. Ist crazy. Ich schwöre, lass Zeit da machen, ob John Essby nur auslöst. Okay, let's go. Komm mal her, Junge. Ich kann mir keine Fels geben. Ich auch nicht. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ich hab den Dagger. Das geht einfach nicht, Leute. Jungs, sie müssen mir helfen. Sie müssen schreien jetzt, okay? Wenn ich jetzt los muss. Ich schreie nicht, Bruder. Du weißt selber, wann du los musst. Ich weiß nicht selber. Sider, ob er es schafft. Er ist ein Sider. Er schafft es selbst. Das ist easy. Ich schwöre, das ist easy. Jungs, fünf Subs oder ich mal her springe in dieser Street. Verbestigt, Dagger. Zehn Subs oder ich springe jetzt hier rein. Wie? Fünfter Subs, du da schießt auch, Jungs. Ihr könnt auslaufen. Oder, oder, oder? Nein, Bruder. Es war einfach Trap. Ich bin ruhig fast in den Trap gegangen. Let's go. Oh mein Gott. Sammelt eure Plays hier. Ja, ich kann mir auch keine geben, aber nimm mit. Maybe können wir später. Warte, warte, ich muss auch nichts sehen. Wir sind gegner. Wir können nicht nehmen. Das ist derselbe Bug, der dich hatte. Ja, ich habe auch einen Bug. Ja, cool, Bruder. Ich bin ein One-Shot, oder? Ja, wir sind per Mauer. Das geht niemals ohne. Wir haben einfach Bug, Bro. Wir haben einfach alle den Bug. Das ist extra wegen Veteranen. Nein, nein, nein. Das ist nicht extra. Ich bin ein One-Shot. Ich bin ein One-Shot. Schau, schau. Mach mal, schau nach links hin. Wir sind einfach immer eine Linie hinten. Oh mein Gott. Ich stun ihn. Nein, da ist überall Trophy. Man kann nicht mal stunnen. Ja, aber ich bin Trophy. Man, weil man sich nicht selber saven will. Ich kann mich immer unterscheiden. Ab ihn, ab ihn, ab ihn. Mach diese Chow-Office kaputt, ja. Okay, Jungs, kommt. Okay, wir haben noch. Oh, 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 pass auf. Die Naden, die Naden. Geht runter, geht runter. Ich stun gleich oben. Ich stun gleich oben. Ich stun hoch. Ich hab auch schon. Ich hab auch schon. Geht hoch. Schöne, wenn die Tarnung scheiße aussieht, wirklich schiechen was den Arsch. Ja, es geht nicht, es geht nicht. Es kommen alle Juggers, bro. Mach Feuer, mach Feuer. Gib mir Ball, gib mir Ball. Einer sprintet, einer sprintet, einer sprintet. Feuer, 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 Feuer! Ich mach, ich mach. Nein, der relauf wird. Ich krieg noch. Ich mach, ich mach jetzt. Warte, warte. Jetzt, jetzt, jetzt. Ich drehe, ich drehe. Schnell. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin tot. Ich bin... Du musst noch mal Feuer machen. Noch mal Feuer machen. Noch mal Feuer machen. Noch mal Feuer machen. Feuer, Feuer, Feuer! Oh mein Gott! Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf, mach auf! Oh mein Gott, mach auf! John, mach auf! Mach auf! John! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Mach auf, Bruder, ja. Bitte mach auf, einfach. Elf auf, Mann! Von Juggernaut! Elf auf, Mann! Wir sind da! Armin Akut! Ich hab hier aufgemacht. Nee, Bruder. Du hast aufgemacht, wieder zugemacht. Irgendwas passiert. Ja, ich mag. Ich hab einmal nur gedrückt. Ich schwöre. Oh nein! Ich schwöre, Can. Warum? Ich schwöre, Can. Bruder, du weißt nicht, was wir da gefaltet haben, Bruder. Wie Jean-Claude Van Damme, Bruder, waren unterwegs. Versteht ihr? Bruder, ich bin wie Shaden Cooper vor diesem Packing-Monitor, Bruder. Du guckst ihn sich an. Du versuchst, den Shaden Cooper zu followen, Bruder. Du verstehst du nicht, Bruder? Das ist ein Ding. Du siehst da drin, Bruder. Du wirst... Oh! Cian, mach diese Esmin, mach Esmin, mach Esmin. Wir tauschen nicht. Ich und Ersin schon eingespielt. Ich schwöre. Bruder, ihr versteht, was das für ein... Ich war so glücklich. Ich schwöre, ich war so glücklich. Ich guck, die Tür geht auf. Auf einmal geht alles weg. Ich schwöre, deine Tante lädt dich ein zum Sex. Aber es ist dein Packing. Du willst nicht, weil... Egal, wir flanken sie trotzdem weg. Aber eigentlich, du bist Rani und du bist... Aber warum hat der Ersin, Bruder? Aber er ist doch da, ist Flamme, Bruder. Ey, warte, aber wir können instant laufen. Er ist, wir wären durchgekommen. Lauf, lauf, lauf. Schnell, rechts. Ja, wir wissen, wir wissen, wir wissen. Wo ist er, wo ist er? Runter, 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 runter. Der geht doch nicht runter, Bruder. Bruder, was bedeutet runter, Bruder? Runter. Es ist alles eben, John, es ist alles eben. Okay, links, er ist da. Er ist da? Ja, ich seh. Ja, er ist da. Schnell, schnell. Ein Jogler ist gleich links von euch, aber danach ist keiner mehr da. Komm, 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 komm. Hier, John, hier, wo ich hänguck, hier, wo ich hänguck, oder? Links, links, links. Feuer, 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 Feuer. Werf ab Kugel, werf ab Kugel, John. Er ist in. Ich kann jetzt nicht vollladen, ja, ich muss mich kurz bläden. Geht links, links, gleich. Ich muss kurz ein paar Türen. Ich muss werfen, ich muss werfen, ich muss werfen. Er ist in. Ihr geht gut, ihr geht richtig, ihr geht richtig. Feuer, 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 gleich Feuer. Komm, Feuer. Nicht, noch 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 nicht. Jetzt, 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 jetzt. Feuer dreht, Feuer dreht, Latte. Hier, John, Dickey, nehm Ball. Hab gedreht. Ich sterbe, ich sterbe. Du sagst nicht, dass die rechts sind, wir können diskannen, Bro. Warte, warte, warte. Komm, 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 komm. Feuer, 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 Feuer. Warte noch, warte noch. Wirf, 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 wirf. Mach Feuer, mach Feuer, mach Feuer, mach Feuer, schnell. Ich muss werfen, ich muss werfen, ja. Ich hab genommen, ich hab genommen. Stun ihn, stun ihn. Er ist geblendet. Komm einfach durch, oder? Ich mach hier auf. Jetzt, 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 jetzt. Komm, 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 mach auf. Jetzt, jetzt komm, gegner, jetzt, komm, gegner. Wir dürfen nicht sterben, wir dürfen nicht sterben. Was hier, Jungs, vor mir? Hallo? Wo ist der Ball? Hast du genommen? Ja, ich hab ihn. Ja, komm, komm rein, komm rein hier. Komm,ine, du musst hier rein, Balle. Wir dürfen nicht einmal mehr sterben. Lass doch mal Platten aufschlappen, so. Was haben wir uns, John, was haben wir uns? Ich hab schon nichts zu sein. Bruder, wie macht ihr das mit dem Pfad? Ich versteh das nicht so ganz. Bruder, du öffnest dein Inventar. Egal. Wir haben noch keinen Checkpoint, Jungs. Wenn wir jetzt sterben, ist es vorbei. Ja, jetzt ist Checkpoint. Jetzt ist Checkpoint. Verfeiltet hier, nur aus Hüfte bis hin. Die jucken wirklich gar nicht hier am Anfang. Apo 6-2 steht unter Beschuss. Unterstützung in drei Minuten. Dann liegt es an uns. Sucht das ganze Ding runter. Gegengewicht. Lass uns kurz halten. Lass uns kurz halten. Komm, 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 komm. Ich muss playten, ich muss playten, ich muss playten. Okay, okay, okay. Ich hab nur mehr zwei Plates, Bro. Was ist das? Ich hab Klacken, Max. Was geht? Ja, ich muss die lauten Dinger haben. Komm, komm, komm. Wer Plattmox, wer Plattmox? Warte. Ja. Hier, Plattmox, finder ein Ding. Kann doch auch hier pätzchen, ja. Komm, Jo. Schieß die Wange die Dinger ab. Okay. Erst den rechten, okay? Ja. Wir können gleich runterspringen. Jo. 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 Dank für zwei Monate, Bro. Kriegliebe. Dank für die Sende wichtigste. Toll, jetzt, jetzt, jetzt. Okay. Weiter, 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 Jungs, weiter. Jetzt. Ich bin gut, ich bin gut. Jetzt kommen die Juggers, jetzt kommen die Juggers. Jetzt kommen die Juggers, oder? Ja. Um schnell Dings wollen wir machen. John, kommst du? Ich fühl grad Plates und so auf. Wie soll ich denn gegen die fighten, Bro? So. Wir haben es gleich geschafft, Jungs. Komm mal, das ist der letzte Step. Jetzt wird es sehr, sehr hart, Jungs. Ich sag so, wie es ist. Das ist aber über oben Spiel. Habt ihr full Plates? Ja, ich bin voll, ich bin voll. Wir haben alles, wir haben alles. Wir haben hier schon. Weil von oben fighten. Wir wollen leicht machen. Wir kommen. Wir müssen immer die Treppen hoch, weißt du? Mach die Trophies kaputt, mach die Trophies kaputt. Ich muss nachladen. Ich schieß schon rechts, ich schieß schon links. Das Ort ist perfekt. Ich hab euren Push, ich hab meinen. Einer push dich, einer push dich. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Ich hab euren Push. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen und playten. Ich muss nachladen und playten. Ja, playt, playt, playt. Ich auch nicht. Ich will eigentlich einfach mit dem Juggernaut-Trofen runter und seine Mini-Bag wieder aufnehmen. So konnte ich die anderen Juggernauts töten. Bruder, wo ist noch ein Trophie? Der Held hat mich schon voll stocking gut, Bro. Er ist in. Unser Push, unser Push. Guck, unser Push. Hab ich, hab ich, hab ich. Die Nade, die Nade. Oh mein Gott. Ich bin untergefahren. Ich muss nachladen, ich muss nachladen, ich muss nachladen. Chirka kommt. Chirka kommt. Wir müssen seine Mini-Gun nehmen. Wir müssen seine Mini-Gun nehmen. Wo ist Jugger? Er kommt hoch. Er kommt hoch. Aber habt ihr auch meinen Push? Ja. Ich muss seine Mini-Gun nehmen. Ja, nehm, nehm. Ich war gerade nehm. Ich hab keine Ammo mehr. Ich hab keine Ammo mehr. Playt, playt, playt. Wir müssen erst treten. Heldet dich, Jekki. Ja. Digga, ich töte so schnell damit. Jungs, Jungs, bei mir, bei mir. Hab ich, alles gut. Nehm die Mini-Gun, die markiert ist, also. Ich nehm direkt dann auch wieder Mini-Gun. Ist ja, ich muss jetzt nicht. Dead, 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 dead. Hab wieder eine neue. Ein Jagger kommt hoch. Drei Jaggers bei uns, drei Jaggers bei uns. Einer dead. Ich salen, ich salen, ich salen. Muss nachladen, muss nachladen. Ich nehm noch ne Mini-Gun. Ich muss auch neu nochmal wechseln. Geh nochmal. Dead. GGs. Das war's, ne? Das war's, komm her, Erzin, komm her, Erzin. GGs, Jungs. Oh mein Gott, oh mein Gott. Let's go, Bro, ach du Schörse, Digga. GGs, Jungs. Das sieht todeskrass aus. Bruder, die ist todesheftig, ja? Heilige Schörse ist das heftig, Bro. Heilige Schörse, was ist das für ne Tarnung, Bro? Oh my God. a a a a a